Willkommen zu unserer dritten Folge von For Honor Hallo Ja ich spiel diesmal mit dem Berserker Leidergottes wieder die gleiche Karte Ich mit dem Kriegsfürsten Wieder die gleiche Karte Weil wir haben jetzt bisher nur mit den Rütern gespielt Komm mal die Wikinger dran Und die Samurai schaffen wir vielleicht auch noch Na schauen wir mal Irgendwie bin ich nicht so scharf auf die Samurai Ja ich bin auch eher der Ritter und Wikinger Fan an er All der hat eigentlich schon Level 47 Hä wo Hä wo Achso der hat schon British Team Alter 47 Alter Und schon Prestige Level irgendwie oder sowas Wahrscheinlich wenn man einmal Level 50 wird dass man da vielleicht noch mal so ein Ehrenkranz kommt oder sowas Ah leck mich Ja der hat ein paar Tage ja nur durchgesuchtelt dann Alter das ist ja nicht mehr normal Oh krass Natürlich nur eine Klasse die ganze Zeit gespielt und das was Ach Na gut die Karte kennen wir langsam in und aus und nicht Ja ist doch gut Ja also auf zu A wieder Gut bei A ist schon ein Gegner Ich fände die Treppe hoch Da ist ja Da ist ja der Luft weg zum Klasse Ja Direkt zu C oder? Ja Und den runter Scheiße Kommen wir den Ja kommen schon die Elfmatch Na das sind zwei Drei Ja Der Feind hat schon der A verloren Ja klar Ja klar Ah ist nicht klar Ich muss gehen mal ein bisschen zurück Ist mir zu eng hier Ja Kommen wir den C Ja dann machen wir schon Ah wie ich werde verfolgt Der will uns kämpfen Achtung Jawohl Aber ich bin fast tot Gott sei Dank können wir halt Oh nein oh nein Hau ab Ach du scheiße Hau ab Auf zu A Kämpfst du? Nee Nein Schnell die Treppe auf Zone C verloren Zone A eingenommen Und dann wieder runter wahrscheinlich Ja Ach du ver... Ja du gehst nicht auf die Leitern oder? Bist du trotzdem Ja ich bin nicht so Fan von Leitern Zone A verloren Vor allem weil die rumpacken wieder Zone C eingenommen Ich glaub da ist einer so wie wir ne? Der die ganze Zeit hin und her rennt Ja Ich lauf jetzt auch Ja ich auch Ja ich auch Au wunderbar Zone A eingenommen Danke Bleib mir hier oder... B? Kommen wir zu Und sie? Ähm... Ö... coração aber beide... Ah sieben seien Da ist ein Gegner bei auch Zone A c verloren Machen wir den fertig Boah schwerer Angriff Hau... Ja komm jetzt her Da komm zurück Der will uns dort damit er... dass wir nicht zu zweit besiegen können Ich bin so am Arsch. Ich bin auch am Arsch. Ich bin tot. Ja, die auch. Weil ich die Gegner nicht wechseln konnte. Ich sag doch, geh da nicht rein, da komm ich nicht klar. In so engen Gassen, nee, keine Chance. Wir hätten das nicht machen dürfen. Ja, sorry, das war mein Fehler. Ja, aber ich konnte auch den Gegner nicht wechseln. Dann direkt zur C, oder? Ah, das ist T, ich weiß nicht. Irgendwie manchmal backt das noch zu mich um. Das ist eher auch eine Beta, ne? Ja, aber das Spiel kommt halt auch in zwei Tagen ab. Ja, das ist auch eine Beta eigentlich. Beta sollte schon fast fertiges Spiel sein. Und dann direkt zur A. Das D wird schon eingenommen. Ich hole mir erst mal. Wir können ja eigentlich die ganze Zeit alles haben, Mann. Wie geht das? Ich laufe eh die ganze Zeit hin und her. Oh, Alter. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Bist du? Bei C. Ja, und der geht. Alter, schon bei C. Ich renne mal wieder zu unseren Spawn, weil ich gerade irgendwie, haben die mich voll überrannt. Ich renne jetzt von unseren Spawn aus zu C. Ich renne zu C, komm, versuch zu C zu kommen. Ich muss gerade bei A kämpfen. Okay, okay, okay. Wir haben uns schon wieder getrennt, das ist schon wieder Kacke eigentlich. Zone C eingenommen. Ich heil mich bei C, wenn du vielleicht die Gelegenheit hast. Ja, ich komme zu C. Der hat, glaube ich, verfolgt, bin ich sicher. So, okay. C haben wir. Ich muss mich kurz heilen. Okay, dann heil dich schnell und dann gehen wir zu A oder zu. Ja, holen wir schon. Auf zu A oder wieder. Ist das so weit? Kommen wir uns wahrscheinlich gegen den Gegenden an. Vom Lauf von A lang. Also, ich bemühe mich echt mit dem Einnehmen hier gerade hin, 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 hin. Und trotzdem gehen wir immer hin. Zone A eingenommen. Ich weiß nicht, was unsere Handel auf zwei Teammates. Ja, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, Tor, ich sehe da hinten ein Kreuz, wenn wir sehen. Kämt was dann die ganze Zeit in der Mitte? Nein, ja, das ist natürlich. Euer Verbündeter wurde getötet. Alter, die sterben ja irgendwie alle in unserem Verbündeten. Zone A verloren. Da ist einer dahin. Ja, wir müssen uns unbedingt verteilen, weil C ist einer noch. Wir läuft weg. Zone C eingenommen. Levelaufstieg. Äh, ja, wir müssen jetzt irgendwie A füllen. Okay, B. Ja, ja, zu A. Oh, Mann. Bei B sind zwei. Leben oder Tod. Da kommt. Ah ja, ist auch einer. Oh, richtig schwer getroffen. Den lasst er nicht. Obwohl, wir haben beides. Wir haben B noch wirklich versuchen zu spolen. Nee, komm, wir bleiben jetzt bei A, weil da drüben wir sind. Nein, nicht da. Obwohl, die Falle doch woanders ist. Da ist einer. Nicht dahinter gehen. Ja. Du greifst ihn an und ich versuche hier hinten. Ich muss bloß Fretz holen. Nein, ich versuche ein bisschen hierher zu locken eigentlich. Ja. Hier wird dir wieder zäh. Ja, das ist das Problem. Jetzt, komm. Watt, komm. Jetzt haben wir einen. Alter. Komm, helf mir. Jetzt, komm. Ah, scheiße, jetzt ist er dahinter. Ja, schön, ich heil mich. Sehr schön. Bleibt raus. Hey, wie schnell schmerzt denn der? Ja, okay, jetzt haben wir ein Problemchen. Ja, wir können, wir müssen wegkommen. Gehen wir weg. Der leckt mich, der hält uns bloß auf. Noch drei am Leben. Das ist jetzt. Wir müssen aber A irgendwie halten. Jetzt, 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 jetzt. Oh nein, jetzt sind zwei. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der ist echt gut. Ich war tot. Wo ging's denn tot? Keine Chance. Alter. Aber manchmal geht das auch nicht, ne? Manchmal, wenn du, wenn er nach rechts, wenn er von rechts schlägt und du ziehst nach rechts und du siehst sogar, dass deine, deine Maus nach rechts gezogen ist, trotzdem durchbricht er deine Verteidigung. Habe ich manchmal das Gefühl. Wo bist du? Hab einen wiederbelebt. Du bist grad C anzunehmen. Okay. Da ist Kuljur. Hab C eingenommen. So eine C eingenommen. Da rennt dir einer hinterher, ne? Ja. Ah, jetzt kommt der Zweite. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Wurde geblendet, irgendwie. Ja, das haben wir verloren. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass... Hallo, irgendwie, unser Team, irgendwie, die anderen zwei... Vor allem einer von uns, von, einer von uns im Team war doch der hohe, hohe Level, oder? Ja. Stimmt. Was hat der gemacht? Weil ich bin die ganze Zeit von A nach C, von C nach A, von die ganze Zeit hin und her. Hab immer wieder eingenommen. Aber ich konnte nichts machen. Es ging nichts mehr. Ja. Ja, das haben wir verloren. Nein, doch nicht. Wieso konnte er jetzt nochmal auferstehen? Kann ich... Ich verstehe das. Ach, er hat so eine Klasse, wo er sich selbst wiederbeleben kann. Wow. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Weil ich konnte nicht nur einmal respawnen. Fand ich ein bisschen komisch. Ja, toll, der hat da jetzt drei Leute, ja. Ja, toll, der hat da keine Chance. Ah, ging alle vier. Oh, den Kopf weg. Nee, wenn man allein gegen zwei oder drei, das tut einfach nicht. Wer muss zum Beispiel Schmull-Rie vergleicht, das geht vielleicht noch, wenn man Glück hat, aber dem Spielen drückt es einfach nicht. Durch dieses Kampfsystem, weil man immer auf einigen wie fixiert ist. Ja, das stimmt. Und das Wechseln mit Alt daran denke ich einfach nie. Und da kannst du nicht so schnell reagieren. Ich schaffe es ja bei einigen Teilweise nicht. Ja, das geht einfach nicht. Der Schlag geht so schnell, das ist richtig heftig. Na gut, dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Runde hat dennoch gepasst, auch wenn wir es verloren haben. Ja, man muss, kann ja nicht immer, kann ja nicht immer gewinnen, ne? Ja, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.